Das hier ist die Modellpflege der aktuellen Mercedes E-Klasse, die erst später in diesem Jahr überhaupt auf den Markt kommt und ihre Weltpremiere in Genf feiern wird. Aber ich habe die Möglichkeit, jetzt und hier mal mitzufahren. Und während der Fahrt lasse ich mir einfach mal vom Experten erklären, was ist eigentlich neu an der neuen E-Klasse. Die grundlegende Erneuerung der E-Klasse wird dieses Jahr, 2020, in Serie gehen. Und wir sind hier in einem Vorserienfahrzeug unterwegs, um einen ersten Eindruck zu geben, was sich bei der Modellpflege jetzt ändern wird. Zunächst einmal als wichtigste Unterscheidung haben wir das Exterieur des Fahrzeugs komplett überarbeitet. Avantgarde ist die neue Basis. Das heißt, an Front und Heck wurden neu gestaltete Stoßfänger angebracht, ein neuer Kühlergrill. Wir haben bei der Avantgarde-Variante eine neue dynamischere Motorhaube, die dem Fahrzeug einfach einen sportiveren und optisch neueren Auftritt geben wird. Ebenfalls im Heck wurden umfassende Änderungen durchgeführt. Wir haben neue Heckstoßfänger, wir haben eine komplett neue Heckleuchten-Grafik. Die Heckleuchten werden jetzt von außen bis in den Heckdeckel hineingezogen, haben dadurch ein sehr dynamisches Erscheinungsbild und werden auch dem Fahrzeug von hinten einen sehr neuen dynamischen Auftritt geben. Es wird drei Lines geben. Neben der gerade erwähnten Avantgarde-Line wird es ein AMG-Sportpaket geben, also ein Optikpaket, das noch etwas dynamischer erscheinen wird. Insbesondere mit nochmal etwas dynamischeren Stoßfängervarianten kommen wird und einem nochmal geänderten Kühlergrill. Und es wird zusätzlich auch noch eine Exclusive-Line geben, die sich ebenfalls nochmal unterscheidet und eher die Exklusivität des Fahrzeugs unterstützen wird. Die neue E-Klasse ist übrigens auch sicherer geworden und das nicht nur wegen der neuen und modernen Sicherheits- und Assistenzsysteme, sondern auch wegen dem optionalen sogenannten Urban Guard-Paket. Und das beinhaltet nicht nur Rundum-Verbund-Sicherheitsglas, das heißt Scheiben, die man weniger leicht zerstören kann, sondern ich habe auch die Möglichkeit zum Beispiel meine Schlüssel zu deaktivieren. Wenn ich ihn verloren habe, wenn er mir gestohlen wird oder ich in Urlaub fahre und eben nicht möchte, dass meine Kinder zu Hause mit meinem Auto spazieren fahren. Außerdem kann ich bei jeder E-Klasse natürlich mein Tracking deaktivieren, aber mit diesem Paket kann ich es auch wieder aktivieren lassen. Zum Beispiel, wenn man eben sagt, man will das Auto finden, das nämlich vielleicht gestohlen wurde und das geht immer dann über Mercedes, wenn die Behörden das okay dafür geben. Im Interieur haben wir das Fahrzeug natürlich ebenfalls überarbeitet. Erste optische Erscheinung, die man wahrnimmt, ist die neue Lenkrad-Generation, die jetzt bei der Modellpflege in Serie gehen wird. Neben dem sehr dynamischen und neuen, jungen, jugendlichen Design wird sich auch die Funktionalität ändern. Alle Schaltereinheiten auf dem Lenkrad werden über Touch-Funktionalität ersetzt. Das heißt, alle Bedienungen können mit Touch-Funktion jetzt angewählt werden und somit auch eine moderne, neue Generation der Bedienung eingeführt. Darüber hinaus wird MBUX jetzt auch in der E-Klasse zum Einsatz kommen. Das heißt, in der Business-Limousine wird in Zukunft auch die Touch-Funktionalität in den Displays verfügbar sein. Das heißt, alle Funktionen auf dem Display können über Touch angewählt werden. Zusätzlich kommt natürlich die Sprachbedienung, bei der über Mercedes direkt mit dem Fahrzeug kommuniziert werden kann und die einzelnen Funktionen des Fahrzeugs dann mit Sprachbedienung aufgerufen werden können. Alle Fahrzeuge werden ein großes Display bekommen. Das heißt, der Einstieg wird schon mit einem Display dann sein in einer 10,25 Zoll Dimension und als Option wird es dann die großen 12,5 Zoll Displays geben. Ja, zusätzlich kommt in der Mittelkonsole ebenfalls das Touchpad zum Einsatz und das wird auch in der Basisausstattung dann schon für den Kunden verfügbar sein. Wenn die E-Klasse auf den Markt kommt, dann wird es nicht nur, wie bereits von der E-Klasse gewohnt, eine vernünftige, breite Motorenpalette geben. Nein, Mercedes hat außerdem noch versprochen, dass es eine Offensive gibt und zwar zum Thema Plug-in-Hybride. Aber eine weitere Nachricht, die neue E-Klasse wird auch die erste E-Klasse und der erste Mercedes sein, der den neuen Reihen 14er Benziner hat vom Mercedes, den sogenannten M254 mit 48 Volt Bordnetz, liefert 272 PS und über den Boost nochmal 20 PS obendrauf. Und sparsam soll er außerdem sein. On top werden neue Zierelemente, neue Zierteile im Interieur angeboten und im Exterior gibt es drei neue Außenfarben, die dann ebenfalls dem Fahrzeug nochmal einen neuen Auftritt geben werden. Das war die kurze Mitfahrt in der neuen E-Klasse. Leider darf ich es selbst noch nicht an Steuer, aber irgendwann Mitte des Jahres klappt das sicher auch. Jetzt freue ich mich erstmal auf die Weltpremiere in Genf, denn dann sehe auch ich dieses Fahrzeug das erste Mal ungetarnt. Vielen Dank.